Ich bin die Sabine. Ich bin der Alex. Ehrgeizig, humorvoll, verständnisvoll. Gesellig, für jeden Spaß zu haben und ein bisschen dickköpfig. Ich gehe Hip-Hop, ich zeichne immer total gern und wenn ich gerade zu vor allem zum Üben, dann spiele ich Klavier. Da ich selbst aus dem Innengebirge bin, bin ich gerne in den Berg, sei es jetzt fürs Klettern oder Skifahren, je nach Jahreszeit. Es ist sehr interessant, weil mich die beiden Teilbereiche sehr interessieren. Es ist abwechslungsreich und teils sehr herausfordernd. Zukunftsorientiert, interdisziplinär, das perfekte Bindeglied zwischen Wirtschaft und Technik. Weil es die beiden Bereiche Wirtschafts- und Informatik verbindet und mich beide Teilbereiche total interessieren und dadurch kann ich einfach beides haben, ohne dass ich mir entscheiden muss, was genau ich jetzt will. Sehr breite Zukunftsaussichten bietet in nahezu jeder Branche. Schnittstellen kennenzulernen und einfach herauszufinden, was die beiden Sachen verbindet. Auch die betriebswirtschaftlichen Gründe der Digitalisierung zu verstehen und umzusetzen. Operations Management, weil es mich total interessiert, wo es in Verträgen enthalten sein müssen, wie Geschäftsprozesse ablaufen und weil mich neben am Technischen als wirtschaftlich auch total interessiert. Nicht so einfach, aber sehr interessant IT Security Engineering. Meine Mitstudierenden, die mir in jeder Situation helfen, egal was ist, egal an welche Uhrzeit und Lehrer, wie beispielsweise ein Harry, die einfach immer für ihn da sind und alles super erklären und auch bei Fragen immer zur Verfügung stehen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Lernden. Grüße an mein Elite-Team. Das Sprungbrett in die Arbeitswelt und für mich war es eben wichtig, dass ich zeitnah mit dem Studium fertig werden kann, es aber auch, wenn ich will, flexibel planen kann. Den Bezug zur Praxis beizubehalten und an einen sehr schönen Campus zu studieren. Dass ich nicht so schnell die Nerven verliere und auf jeden Fall einfach weitermache und nicht aufgib. Nimm die Dinge nicht ernster als sie sind und ein paar Mal hätten 75% dann, wie es nicht reicht.